Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Feine Festtagsrezepte, die einfach zum Nachkochen sind und bestimmt gelingen haben wir Ihnen auch dieses Jahr vorstellen dürfen und ich hoffe, dass Sie es ein oder andere schon mit Erfolg haben ausprobieren können. Auch für den Jahreswechsel hat unser Gast, Armin Amrain, ein feines Rezept für Sie ausgesucht. Und zwar Bouléwürfel an einer Scherrisauce mit Morkle. Grüezi miteinander. Das Boulé für dieses Rezept kommt übrigens aus kontrollierter Freilandhaltung und was das bedeutet, sehen wir gerade im Bild. Die Tiere von Coop Naturaplan werden fast doppelt so alt wie bei der konventionellen Aufzucht. Darum ist auch die Struktur des Fleisch ausgereift und das spürt man sofort am festeren Biss. Jetzt aber zurück zum Rezept der Boulébrustwürfel mit Scherrirahm und Morkle. Morkle habe ich mit warmer Hühnerbouille übergossen und eine Stunde eingeweicht. Dann gewaschen und halbiert und die Einweichflüssigkeit durch ein feines Seep gossen. Die braucht es ja dann noch für die Soße, soviel ich weiss. Richtig! Jetzt die Boulébrustwürfel im heissen Anken goldbraun anbraten, würzen, dann rausnehmen und warm stellen. Den Brotensatz mit Einweichflüssigkeit ablöschen und fast ganz einkochen lassen. Dann den Rahm dazugeben und so lange kochen lassen, bis eine sämige Soße entsteht. Die Morkle und wenig Scherri dazugeben und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Auch die Bouléwürfel nochmal aufkochen lassen und geschlagenen Rahm darunter ziehen. Zu diesem Boulégericht passen Nudali und Saison Gemüse. Und hier zur Erinnerung nochmal an alle Zutaten, die wir gebraucht haben. Danke Armin! Auch das Rezept können Sie nochmal in aller Ruhe im Coop-Wiennachtsmagazin nachlesen. Und falls Sie statt Boulé lieber ein feines Fischgericht hätten, dann finden Sie bei uns neben geräuchten Forellen und Rauchlachs auch eine grosse Auswahl an fangfrischen Seefisch, Meeresfisch und Krustentieren. Ein paar von diesen Köstlichkeiten offerieren wir Ihnen besonders günstig. Bedienen Sie sich also nach Herzenslust. Themawechsel. Am nächsten Samstag ist es soweit. Das lange erwartete Jahr 2000 fängt an. Für die Coop, aber auch für Sie, ist das ein Grund zum Feiern. Als Dank für Ihre Treue verabschieden wir uns nämlich mit einem Feuerwerk von Milleniumsaktionen des alten Jahres. Und es gibt ein Milleniumsspiel mit unvergesslichen Preisen. Bestimmt haben Sie sich längstens Ihr Milleniums-Rätselheft gesichert und ein Teilnahme-Coupon eingeschickt. Mit ein wenig Glück können Sie dann im neuen Jahr mit einem Mercedes A-Klasse ausfahren und das Leben geniessen. Auch heute haben wir noch mal ein paar Aktionen für Sie. Es sind alles Produkte, die Sie bestimmt gut brauchen können. Novellinas-Orangen aus Spanien im Netz kostet 2,40. Und zwei Dosen Midi-Pasteten-Füllung kommen Sie für 4,90. Mit der Go-Profit-Karte gibt es Spaghetti Napoli zum halben Preis. Sie wissen ja, Go-Profit Plus vorzeigen, sofort profitieren. Mit diesen Hinweisen sind wir am Schluss. Danke, dass Sie auch heute für uns Zeit hatten. Und einen guten Rutsch im Namen des ganzen Coop-Studio-Team. Auf Wiedersehen im nächsten Jahr! гoo Musik Vielen Dank.